Herzlich willkommen zu den Blitzlichtern der UVN, der Unternehmerverbände Niedersachsen. Hier geben wir unseren Gremienmitgliedern, insbesondere aus Präsidium und Vorstand, die Gelegenheit deutlich zu machen, wo drückt eigentlich der Schuh genau. Und heute sitze ich zusammen mit Thomas Echterhoff. Thomas Echterhoff ist der Vorsitzende der Bauindustrieverbände Niedersachsen-Bremen. Er ist der geschäftsführende Gesellschafter der Echterhoff-Baugruppe und er ist Vizepräsident der Unternehmerverbände Niedersachsen. Lieber Echterhoff, herzlich willkommen. Ich beginne einen Satz und Sie bitte vollenden diesen Satz. Lieber Herr Müller, herzlichen Dank gerne. Erster Satz. Unser Unternehmen steht vor der Herausforderung, dass wir in einer immer komplexer werdenden Finanz- und Steuerwelt und Vorschriftenwelt jeden Tag versuchen müssen, uns sowohl gesetzeskonform zu verhalten, als auch mitarbeiterfreundlich zu sein, als auch effizient zu sein. Zweiter Satz. Der Standort Niedersachsen ist für uns, unsere Heimat, unser Ausgangspunkt. Niedersachsen ist ein Land, was bodenständig ist, eine sehr gute Mischung aus Industrie, Dienstleistung und Landwirtschaft hat. Und die niedersächsische Politik beweist immer wieder, dass sie zumindest mit den Unternehmern über ihre Probleme sprechen möchte. Und das letzte Blitzlicht. Meinem Unternehmen beziehungsweise unserer Branche würde es helfen, wenn? Auch hier gilt es, die Überregulierung in Deutschland durch das Vorschriftenwesen und Gesetzeswesen drastisch zurückzufahren und nicht immer alle Anforderungen auf die Spitze zu treiben und noch einmal einen draufzusetzen. Dies betrifft ausdrücklich nicht Sicherheit, sondern es betrifft die Qualität dessen, was wir errichten sollen und gleichzeitig zu relativ niedrigen Preisen auch weiterhin arbeiten müssen. Herzlichen Dank an Thomas Echterhoff und das Langformat unseres Gesprächs können Sie zum Thema UVN Business Talk auf YouTube finden. Die UVN Positionen zur Niedersächsten Landtagswahl finden Sie in unserer Videobeschreibung und natürlich auf der Website von UVN. Vielen Dank.